Wenn die Knie zu weit hinten sind, funktioniert die Übung genauso wenig, wenn die Knie zu weit vorne sind. Ganz wichtig, du musst immer deine Schulter hier runterdrücken und wenn das nicht mehr geht, bitte hör mit der Übung ab. Wir berühren unten jedes Mal mit Becken den Boden, ohne uns aber so hinzusetzen, dass wir ihn locker lassen. Also wir berühren, wir setzen uns richtig hin, aber wir lassen ihn eben nicht locker. Schulterdief halten, dreimal oben kurz. 1, 2, 3, hier unten trainieren wir die seitlichen Bauchmuskeln. Immer die Schulter runterdrücken, wenn das nicht mehr geht, bitte Pause machen. Und wir versuchen das viermal noch und wenn wir unten sind, berühren wir zwar, aber wir lassen ihn nicht locker, wir setzen uns nicht hin. Außer du brauchst eine Pause, dann machst du das natürlich. Einmal noch. So, wir haben hier eine Bonusrunde, wir halten uns noch nicht kurz in den 8 Mal Single Open Team. 7, 6.